Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011 Deutschland im Frauenfußball-Viertelfinal-Weltmeisterschaftsfieber. Die Haare sind schlecht, die Rasur hat auch keinen Sinn gehabt, wie ihr alle seht. Aber eins hat garantiert Sinn und das ist unsere Orakel-Dackeldame Tara, die jetzt auf den und in den Armen der verehrten Nadine-Henriette-Ratke noch liegt und gleich hier unten vorhersagen wird, wie sie es bisher dreimal schon erfolgreich und richtig getan hat, wer denn das Viertelfinale gewinnen wird. Ist es die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft oder sind es die Japanerinnen? Noch ist der Brustpanzer von Nadine an der Brust von unserer Orakel-Dackeldame Tara festgekrallt und bei drei werden wir sie starten lassen. Eins, zwei, drei, Tara! In der ersten Halbzeit ganz klarer Vorteil für die japanische Mannschaft, während dann aber letztendlich in der zweiten Halbzeit die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft gewinnen wird. Das heißt, Einzug ins Halbfinale und damit schönen Dank unserer Orakel-Dackeldame Tara. Die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2011 mit Radio SAW